Seit über 30 Jahren steht die Firma Stritzinger Import-Export GSMBH in Gaspalshofen für ausgezeichnete Qualität und Produktvielfalt in der Lebensmittelindustrie. Ein Engagement, das 2015 auch mit dem Pegasus in Gold gewürdigt wurde. Dieser hohe Einsatz und die Wertigkeit zeigt sich auch in der Unternehmenskultur und der Mitarbeiterführung. Besonderes Augenmerk gilt dabei auch der Lehrlingsausbildung im eigenen Haus. Ja, ich war selbst Lehrling hier und bin während der Lehrlingsausbildung schon zur Abteilungsleiterin geworden und mittlerweile bin ich fast zehn Jahre hier und bin für die Lehrlingsausbildung zuständig und die Assistenz der Geschäftsleitung. Der Einsatz und die Qualität in der Lehrlingsausbildung wurden 2014 auch mit der INNEO Auszeichnung eines vorbildlichen Lehrbetriebs honoriert. Wir haben 16 Leute im kaufmännischen Bereich und davon drei Lehrlinge. Heuer haben wir das erste Mal einen männlichen Lehrling aufgenommen, unseren Moritz. Wir legen großen Wert auf die Aufstiegsmöglichkeiten unserer Lehrlinge und freuen uns auch, wenn uns nach ihrer Lehrlingsausbildung bei uns im Haus bleiben. Die Qualität zählt und das ist vor allem im Bereich der Lagerlogistik eine der großen Stärken des Teams der Stritzinger Import Export GSMBH. Ja, mein Unternehmen wird wirklich auf Qualität geachtet und ja, das ist natürlich dann super, dass man weiß, dass man gute Produkte verkauft. Also vor allem machen wir Schweinschnitzel, die machen wir selbst. Auf die sind wir auch sehr stolz und die gehen auch im ganzen EU-Raum verkaufen. Dann haben wir Hähnerfilet, Paniert, Butte, Obst, Gemüse, Bommes. Wir haben einen sehr guten Teamgeist, wir sind zu sechst, fünf Männer und ich und ja, wir passen sehr gut zusammen. Effizienz und Kompetenz wird auch im Kundenservice großgeschrieben. Das Unternehmen bedient und organisiert die Zustellung zu den Großkunden flexibel und zeiteffizient zur Gänze mit dem engagierten Team des Fuhrparks. Ich kann es nur für mich selber sagen, ich bin ca. 80.000 Kilometer im Jahr unterwegs, bis bei den anderen ist es vielleicht ein bisschen mehr. Wir sind neun Personen im Fuhrpark mit neun LKWs. Wir haben von uns jeder einen eigenen LKW und wir haben da eigentlich jeder dieselbe Tour. Die Aufstiegsmöglichkeiten bei der Firma Stritzinger sind sehr gut. Ich habe zwei Jahre im Lager gearbeitet und seit sechs Jahren bin ich eigentlich als LKW-Fahrer tätig und das ist nicht selbstverständlich, dass man von Anfang an das Vertrauen hat. Das Traditionsunternehmen Stritzinger zeigt sich auch in Zukunft facettenreich. Innovativ, qualitativ und sozial hochkompetent in der Unternehmensstruktur und der Kundenorientierung.